Guten Tag und willkommen zu einem weiteren Match, ein kleines Fun-Match mit Dave's Gaming Center. Wunderschönen guten Morgen. Und wir spielen Sting, Hulk Hogan, The Undertaker gegen Brock Lesnar, Shawn Michaels und Triple H. So sieht es aus. Ich freue mich schon. Ja, einfach mal ein bisschen Spaß haben hier. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich muss sagen, ja, ja, ich auch, warte, bereit, so, zack. Boah, du bekommst jetzt so die Schnauze voll, Junge. Ich meine, Brock Lesnar. Das ist ein Freude. Ja, ich freue mich. Ja, Brock Lesnar. Brock Lesnar, der Biest und Triple H. Aber gut, Hulk Hogan, The Undertaker. Ah, schwer, schwer. Aber gut. Und hier geht es mit diesem 3-on-3-Tag-Team-Match. Ach, komm, hör auf, ey. Das kannst du nicht bringen. Das kannst du jetzt echt nicht bringen. Bist du, äh, Rick Flair oder was? Ja. Pass auf, wenn's Suplex City dich erwischt. Ach, Suplex City, echt. Das sagt nix. Klar, das ist effektiv. Was zum... Ne, 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 ne. Ja, wie, irgendwie, wie, ne, 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 ne. Ne, das lass ich so nicht tun. Aber genau so. Ne. Komm, Brock, das macht doch was. Macht er nicht. Weil Brock eigentlich nix kann. Doch, Suplex City, Bitch. Ja, Suplex City, ganz im Ernst. Nein. Als, als wenn der irgendwie, äh, also, dem, äh, bleibt raus. Ach, Brock, los, bitte. Mein Gott, mach doch was. Brock ist gut. Brock ist gut. Und im Nix machen, ja, das ist er. Naja, aber, 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 das, das kann er zumindest gut. So nicht, mein Freund, so nicht. Ach, komm, hör auf. So, schlecht dazu. Hast gesehen. Oh. Was? Wieso nicht? Okay, ja, hast du gut gemacht. Brock. Triple H. Aber Triple H. Er macht die jetzt fertig. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ja, genauso. Ich kann mir den Namen echt nicht merken. Nee, echt nicht? Nee. So total easy. Nee, kann ich nicht. Ich sag immer Triple H. Jetzt hat reist. Du weißt, jeder war gemeint. Ja, das ist das Einfachste. Was ist denn da los? Ich analysiere dies. Und verliere. Ja, anscheinend. Es war zu spät. So, TDT. Nein, nein, ah. So, Albo. Das war nicht gut. Du weißt, ob mein Signatures sehe ich gerade? Oh. Ja, aber. Kommen wir nicht mehr hoch jetzt hier. Das ist auch zu euch. Ach, Mann. Oh, die Andertager will hier rein. Das ist nicht gut. Was? Äh, damit meine ich nicht Andertager. Das war das Signature übrigens. Das war das Signature? Piledriver? Das war das Signature. Okay. Was? Nee, nicht die Andertager. Oh Gott. Das sehe ich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist typisch von Michaels. Das macht er immer. Das ist echt krass. Allerdings wusste ich gar nicht, dass er hier drin ist. Alter, willst du mich verarschen? Arsch mal, Titi. Alter, du kannst mich doch nicht Andertager hier vor die Füße setzen. Das geht doch nicht. Naja, also wie du siehst, äh. Geht das doch. Genau, Schubschen weg. Ach, Andi. Oh. Oh fuck, Alter. Was zum... Ja, ja, bloß weg. Bloß weg. Richtig. Gut abgewehrt. Oh mein Gott. Und wieder rein, jawoll. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Ich hab so ein bisschen... Was ist denn los? Na gut, aber Hulk Hogan ist ja nun wirklich, äh. Den kann man ja wohl. Den kann man echt. Ja. Nee, den kann ich auch nicht hochheben. Wieso hast du Leute ausgewählt, die ihn nicht hochheben können? Wieso kannst du den nicht hochheben? Ja, schon Michaels. Was verlangst du von dem? Oh Gott. Okay. Na gut, Reversal. Uff. Von Michaels und Hogan. Aufs Fressbrett, ey. Ohne Witz. Nee, das... Das tausche ich lieber ein. Da lass ich lieber... Richtig so. Aber Brock Lesnar hat nicht nur so viel, äh... Energie. Ja, aber da hält das... Aus. Oh, noch nicht. Reik Hogan. Übest. Äh. Oh, oh. Brock Lesnar, was machst du da? Ach, du... Was macht er denn? Hä? Ach, Triple H ist jetzt drin. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, äh, Dave. Triple H ist jetzt drin übrigens. Ja, schön, dass du dir das sagst. Habe ich gar nicht mitbekommen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Toll, freut mich. Ach, Kugan. Ja, hallo. Ach. Mein Lockenpracht erwischt. Ja. Ey, Andertäger, raus hier. Da hat's geblockt. Ich krieg die Krise. Ja, natürlich. Aber du willst mich doch verarschen jetzt gerade. Was denn sonst? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich glaub, das war schlecht. Das ist schon mal, das ist schon mal, du schon mal gar nicht. Nein. Andertäger. Richtig so, richtig so. Ne, finde ich nicht okay. Oh, nein. Nein. Oh, fuck. Oh mein Gott, ey. Ja. Aber komm, steh auf jetzt. Was? Nein. Oh nein. Schaufschule. Oder so. Nein, komm schon. Niemals. Okay. Okay. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Oh, stimmt, ja. Oh mein Gott, ey. Nein. Krebser da rum. Aua. Ach, viel zu früh wieder. Scheiße. Keine Ausdauer mehr. Ne, absolut nicht. Ich muss gleich mal wieder ein bisschen wechseln, glaub ich. Und alle beide sind aufgeheizt, ey. So, Schaufschule. Ja, bringt ja nix. Mann. Natürlich nicht. Was hast du erwartet? Finisher geblockt. Ja. Ja, was willst du denn? Oh, nicht auf die. Oh, aha. Kann sie doch nicht bringen, ey. Doch, kann nicht. Mach ich auch. Danke, Brock. Das hat mir schön eingebrockt. Oh Gott. Ne, da komm ich nicht hin, auf Garantien. So. Das tut alles so weh. Oh, BAM. Mann. Naja, ist aber. Na, genau. Glocken wir das halt. Ist okay. Oh, oh. Na, lau ist Andi. Was macht er denn? Superlex? Ja. Er ist ein... Ja. Oh mein Gott. Der sitzt. Der hat auch noch nicht gesessen. Zu früh. Nein. Aus. Boah, ich hab keine Ausdauer mehr, ey. Wie geil, was du da machst, lass es einfach. Ich glaub hier ein Death Rock außerhalb. Oh, das war ein Treffer. Lass doch mal hier Hulk in Ruhe. Mann. Ja, selbstverständlich. Das war so klar. Meine Fresse. Was? Nein. Ja. Alter, das wär's gewesen, Junge. Ist recht, Spieler auf der Hand, der Tilga. Das wär's so richtig gewesen für dich. Oh mein Gott. Ich versuch hier grad irgendwie alles zu blocken mit keiner Ausdauer und nichts mehr, ey. Was macht die Undertaker eigentlich? Ich weiß nicht genau. Irgendwie, äh... Ja, du willst ein bisschen auch nicht heißen, hab ich gehört. Oh nein. Oh nein. Mensch, hatte nichts mehr. Absolut nichts mehr. Du denkst wohl, ich seh das nicht, oder was? Schieb, Klee. Gott, ey. Mann, warum bluckst du alles? Naja, weil es... Weil es... Ich kann es. Aber das nicht. Boah, ich bin komplett fertig, einfach. Ja, das ist... Ich hab mal ausgedacht, das ist nichts mehr, ey. Ich seh's gerade, Alter. Nichts mehr. Oh fuck. Das sieht böse aus, wenn ein Undertaker. Beide geblockt. Ja. Ja, sehr gut. Mann, ey. Da, da hat er mich. Switching Music. Ja. Das Leaks das erste Mal. So, leck mir mal, schütz. Ich kann es echt mal ein bisschen gerade. Ja, das ist klar. Brock Hogan. Was ist da los? Äh, ne? Das hat ihm weh. Ja, das switcht schon Music halt. Ich hab mich halt echt noch die meiste Energie und Hulk Hogan. Oh. Ja, wirklich. Aber wir sind einfach nur komplett fertig. Blöder Undertaker. Hart und kämpft der Sieg auf jeden Fall. Allerdings, ja. Ach, Junge. Da macht er dem schon viel. Das gibt's da gar nicht. Ja, ich hatte drei Finisher. Mein Junge. Nein, nein. Brock Lesnar, was machst du? Oh mein Gott. Das ist so, die Verarschen, ey. Yes. Yes. Jetzt ist es rein, ist das Chaos im Ring, oder wie? Sagst du jetzt? Undertaker ist auch raus. Oh nein. Ich ging alle jetzt. Scheiße, ey. Oh nein, ey. Oh, kacke. Okay, das wird echt hart, Alter. Oh, nee, ne? Oh. Nee, nee. Komm, fick dich. Raus da. Oh, scheiße, ey. Boah, das kann man doch nicht machen. Doch, kann man doch nicht machen. So, Suplex City, hab ich gehört. Das sieht nicht gut aus, das Ding, ey. Das sieht gar nicht gut aus. Nein, 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 nein. Das ist Triple H. Oh. Ja, es ist aber... Ja. Oh. Den muss kann ich noch gar nicht. Kann ich auch nicht. Nein, jetzt versuchen wir nur noch zu kavern, okay? Das, also so wie er nun nicht freund in der Sonne. Ja, doch, doch. Das Problem ist aber nur welches einer verkackelt, dann ist es vorbei. So, wo kommst du jetzt? Oh, fuck. Ja, natürlich. Ah, das ist vorbei. Das ist echt vorbei. Scheiße. Ja. Da kam er nicht mehr raus. Das war ein Mini-Baller-Galzen. Alter, da pinnen die zwei Leute von mir, ey. Ich geh durch. Scheiße. Ja, weil ich dir und andere gar nicht schaue. Aber nur deswegen kannst du gewinnen, wenn du erst mal, ne, mit unfairen Mitteln spielst. Nur dann hast du eine Chance gegen mich. Das ist eigentlich klar. Ist das... Das wissen sogar die Zuschauer. Ja, 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 natürlich wissen die das. Ist das eine kleine Herausforderung? Ja, aber, na, selbstverständlich. Aha, so, so. Ja. Was diese nächste Herausforderung ist, das sehen wir erst im nächsten Part. So wird es wohl aussehen. Mhm. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben komponieren und Spaß dabei haben. Ich hatte meinen Spaß. Sonst sagt ihr doch mal, wir würden gerne als nächstes auch wieder gerne ein Sechs-Mann-Match machen. Sagt uns doch einfach mal oder schreibt mal in die Kommentare, welche sechs Wrestler ihr gerne zusammen im Ring sehen wollt. Gute Idee. Ab in die Kommentare. Und dann spielen wir das. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.